Es geht rund auf der Bahnstelle, statt der Athlete, die hier sich ins Zeug legen, führt die zwei Bahnrunden. Nach den Kurven dürften Sie einbiegen auf die Innenbahn. Das ist jetzt soweit. Nach den orangen Fahnen. Züge unterwegs, alles natürlich sehr gute Weltklasse an den Kriegs und Land. Und jetzt ist es noch ein S-50-Voltova von Hiroki, Kishigawa und Sam Carter geholfen von Samuel Rizzo. Und jetzt ist es bereits der Schlusspunkt. Noch 1,5 Meter für die 400 Meter. Das geht jetzt schnell. Eine Zeit und die 1,40 Meter. Wahrscheinlich da unten ist eigentlich da unten. Und jetzt ist es noch ein S-50-Voltova. Und jetzt ist es noch ein S-50-Voltova. Und jetzt ist es noch ein S-50-Voltova. Wenn du doch hier ein S-50-Volvova kann. Und jetzt ist es noch ein S-50-Voltova kann. Genauso das ist ein S-50-Voltova. und dann kann ich es nicht direkt när ich marginal.